Zum Starten sooo... Sag mal was... Nech. Ja, ja geil, der zweite. Schau... ja, Necht Maria. Äh, Necht Maria? Necht Maria. Okay, schau mal zu. NEIN! Hab ich gestartet überhaupt? Ja... NEIN, geh doch auf den Hacker, nicht auf mich! Jaaa, schön, alter. Ja, schau mal! Zweize, Heuize? Ja, guck mal. Ey, wenn der jetzt stirbt, ne, oder? er wird ja warte sag mal was hallo mach ich ja hackt anny wirklich man das hab ich nicht gedacht ja genau macht alle team gegen den hacker gegen hacker ja natürlich ja geil es machen 3er team gegen den hacker wenn der hacker stirbt dann äh das ist mir richtig geil gestern habe ich so ein luke ein hacker gesehen im bedwurst und haben ihn getötet und er ist gelieft so ein kleines opfer ja ja ich hatte mal einen hacker der combat hacks an also soll ich nicht so killaura und no slowdown aber was ist denn passiert ich hab ihn besser gekrittet boah er rennt weg alle team gegen den hacker ja aber dann sollt ihr aufhören euch anzupibbeln ok sorry ok ok jetzt wirds interessant team gegen hacker und ich glaube waffelbeer stirbt als erstes ja dann kann ich hey er kann nichts ok der hacker hat einen fehler gemacht jetzt sind alle drei weichsam und jetzt wirds eher schwieriger zu töten ja oder auch nicht weil er ein scheiß Eisenschwert hat oder ja das kann komm schon mal an WAH baum geht ok geil wir haben das teamgefühl von einer kartoffel 2 3 an der mal vorhin mit dem später sich für die denn gerne mal ein bisschen länger verfolgen als zwei Sekunden vor mich wegschubst schau dir das an schau dir das an Dilla vielleicht einmal so in einer Sekunde da durch und geht dann einfach wieder schlucken aber schlucken ja 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 Dilla gar nicht der Karten nicht der Karte Dilla man ja Dilla 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 Nummer 1 auf alle zwei drei Nummer 1 sind auf Dilla Dilla nach Nechtmarie Nechtmarie ich hab ja schon oft gesagt ich will ich machen Blatt wo ich alle Hacker drauf schreibe aber ich hab's glaub ich hab's immer noch nicht gemacht egal ich habe fast voll Rüstung und Steinschwert wow egal jemand fängt schon an sich zu beleidigen also zu halbe leidigen zumindest äh kann jemand sterben ne jetzt will der Abstaum ja jetzt geht der Echt Abstaum was ist das für ein Opfer ja kannst du nur eine Goldbrust haben aber verpiss nicht bitte das scheiß Dreck äh ich sterbe glaub ich ja er hat ein eisenschwert oh Luke du bist in Aufnahme oh ja dann herzlich willkommen ne nicht herzlich willkommen oh nein äh äh ist ohne das Chemiker drin ich bin ein Arschloch wir haben schon einen Hacker nice nice ja dann sag ich mal hallo leute ich bin der ich bin der Luke komm auf komm ja 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 Luke er bräuchte ich wir müssen jetzt konzentrieren weil ich je die entdeckten ersten Hacker verpasst zwar aufzunehmen ja nice weil er sich selber mit dem Tee in die Luft gesprengt hat ja okay wieso öfters nicht nur mit Kuhl er hat sollen ja okay dann äh eben ich bin der Luke und jeder nennt mich Luke und nicht Lack ich bin so wo ich so kurz in zum Beispiel ich hab ich hab gar nichts zu können Prozent er sagt man wie sie heißt dann ist so gelungen da wurde mich prägt nach da zu sein Phoenix und da okay und was kommt uns ich bin das ist mal er hat es einen einen hat es hat schon reingewiesen viel schaden da hat jemand von euch bock nach LL nein er sagt nur eins von Wangel er hat nur eins ich will ja ich will Hackerjahr ich will Hackerjahr ich stelle mich ich stelle ich stelle mich vor du so vor dem so vor dem PC mit so einem Indiana Jones Hut mit so einem Lasso in der Hand Felix kann es lief nicht es gibt hier keinen Hacker also nächste Runde meine ich ich hab es gemacht so ich bin da hallo der Zegerspeck hello 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 and welcome achja und falls ihr euch fragt in den Kommentaren wie soll ich so heiße dann hatte Erinnerungen Zegerspeck aber in Teams Erlaub kommen mehr Hacker vor oder? nee ich glaube Teams verboten kommen mehr Hacker hello nee das ist Teams Erlaub oh geil ach so kann ich immer ein Faxes machen ja 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 gut mit gut also eins zwei drei Kisten ne wunderbar gar keine geil Brot ein Schwert der Beine und äh Pfeile oh so hallo ja ich steh auf der Kante und hab nix aus in einer scheiß Angel okay okay da habt ihr schon ein paar Hacker Runden ja ein also ich meine jetzt in dieser Runde meine ich doch einen auf den Haufen ähm oh nee äh sind die beide tot? ich steh noch ja ich auch mal schnell verpfissen ja hey wer kriegt dann oh warte du 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 ja ach ja übrigens Janky hast du die Runde noch gewonnen kurz hallo hallo ist die mutig äh von den x 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 sag mal äh darf ich dich auf das Thema ansprechen nein darfst du nicht ok äh du weißt schon welches ich meine oder? ja da darfst du trotzennich ok so dass ist ein Formon éch j Kot oh voll hell und solle Hälfte und die Probe Kompetenker ist es wichtig und soll ich so schüchtern es ist ein wichtiges ja natürlich was ist das für eine also obwohl nichts er wird so wenn ich mich uns ah Gott jetzt ich bin hinter dir! Pass auf! Kommt vor allem, ich ziehe von links! Mh Wollen wir noch im Bett was spielen? Er hat die Schuhe für mich! Äh, ja, ja! so hey Enki du bist nicht nur am Knarren ah doch Moment ich will noch ein bisschen warten ich habe ich habe ich habe nur sechs Herzen okay warte Aua ich habe da jetzt nicht weg komm her ja 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 ich habe noch drei okay obwohl ja okay den können wir holen Achtung das sollte kein Problem sein aber nein er hinter uns hinter uns die Enki ist hinter uns das wird ein Opfer egal Mann ich booste dich oh Gott Ah er hinter dir äh ich bin nicht so knapp der fliegt der fliegt der fliegt nicht äh Agent Nickman der fliegt nein der fliegt nicht doch 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 der fliegt der fliegt warum nicht nein er ist nicht geflogen ich habe mich nicht geflogen erst zwei eh hallo der ist über mich drüber geflogen hallo ja du lebst ein bisschen du lebst der fliegt der fliegt ja ja der fliegt der fliegt der fliegt der fliegt er hackt ja hierbei direkt er hackt ja hierbei direkt doch er lebt der fliegt ja super geil man die Stimme ist ne roboter Stimme tschüss ah ok counter strafe alles safe ja ok ah seid ihr alle tot? ah nein ich bin jetzt lebt noch Yankee microphone activated ok ok